dp audiobooks präsentiert geheimzutat mord teil 2 der reihe mia midway mysteries von gisela b schmidt gelesen von anja kalisch gebäuerle wir wünschen viel freude beim hören für denny ohne dich wäre ich nicht was ich bin danke für alles ich liebe dich kapitel 1 es gab keinen ort auf der welt an dem mia in diesem moment lieber gewesen wäre als genau hier zwischen den regalen der bibliothek von pennygrave sie liebte den anblick der dicht aneinander gedrängten buchrücken in den regalen während die krimis und thriller sich förmlich aneinander festklammerten um vor spannung nicht aus den regalen zu fallen kuschelten die buchdeckel und schutzumschläge der liebesromane so innig miteinander dass es fast unangenehm war einen herauszunehmen und von seinem partner zu trennen zärtlich strich mia über das buch in ihren händen während sie in einem der regale nach der passenden lücke für das neue schätzchen suchte alle titel waren streng alphabetisch sortiert und mittlerweile kannte sie deren standorte als hätte sie jedes eigenhändig ins regal gestellt in den vergangenen vier wochen hatte sie sich mit den vorgängen und räumlichkeiten der bibliothek so vertraut gemacht dass es ihr inzwischen nicht nur leicht viel sondern auch freude bereitete den neuankömmlingen ihren würdigen platz zuzuweisen lady sophie brauchte diese aufgabe nicht länger für sie zu übernehmen zudem war mia viel besser zu fuß als die 68 jährige kollegin die ihr in den vergangenen wochen eine gute freundin geworden war in gleichem maße wie ihre freundschaft war auch ihre teamarbeit in der bibliothek fortgeschritten und so hatten sie die arbeitsabläufe nach und nach optimiert lady sophie entpackte die neu gelieferten bücher und trug sie am pc in das system ein woraufhin mia sie anschließend in die regale einsortierte in effektiver zusammenarbeit waren die beiden bibliothekarinnen unschlagbar sowohl bei der aufnahme neuer bücher in die penny graver bibliothek als auch beim lösen eines kriminalfalls verträumt hob mia das neue buch vor ihr gesicht und öffnete es als ihre nase fast die seite berührte atmete sie tief ein sie liebte den geruch druck frischer seiten den vielversprechenden duft einer nicht erzählten geschichte die noch unberührt ins regal wanderte und ungeduldig auf den ersten leser wartete der sie herauszog immer freitags wenn die neuankömmlinge geliefert entpackt und einsortiert wurden mischte sich der geruch der neuen bücher mit dem der alten dem duft von vergilbtem papier das von so vielen verschiedenen fingern umgeblättert worden war seid lieb zueinander mahnte sie leise bevor sie das neue stück lesevergnügen zwischen die beiden älteren titel schob die sich vertrauensvoll an den neuankömmling schmiegten ja nirgends hätte sie sich wohler fühlen können als genau hier zufrieden entfuhr ihr ein wohliger seufzer dann griff sie nach dem nächsten buch und suchte nach einem passenden regalplatz gerade mal einen monat war es her dass sie die leitung der penny graver bibliothek von tante lena übernommen hatte damals war sie vollkommen überstürzt von deutschland nach cornwall gereist und hatte noch nicht einmal den hauch einer ahnung gehabt was sie in dem vermeintlich verschlafenen nest alles erwarten würde erhofft hatte sie sich ruhe abstand von ihren eigenen problemen um sich zu erden eine auszeit stattdessen war sie direkt in einen mordfall verwickelt worden hatte in lady sophie eine gute freundin gefunden und in deren sohn sir william sowie dem hiesigen detective inspector melanie zwei glühende verehrer durch die enge freundschaft mit lady sophie war mia außerdem ein häufiger gast im anwesen der gallams dessen schiere größe sie noch immer in fassungslose staunen versetzte in dem imposanten herrenhaus begegnete sie sir william regelmäßig und konnte eine spürbare anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen lady sophie sah es leider nicht besonders gern wenn sich die beiden intensivere blicke zuwarfen aber das ignorierte mia geflüssentlich ab einem gewissen alter hatte man durchaus das recht in manchen dingen etwas eigen zu sein und da die meisten mütter sowieso eigen waren was die damenwahl ihrer söhne anbelangte konnte sie lady sophie ihr seltsames verhalten in dieser beziehung nicht verdenken dafür behandelte walter der butler der gallams sie nicht als den lästigen dauergast der sie de facto war sondern schien sie direkt als neues familienmitglied ins herz geschlossen zu haben penibel achtete er darauf dass das feilchenzimmer jederzeit für mia hergerichtet war falls ihre abende mit lady sophie wieder einmal ausuferten und sie spontan übernachten wollte ein fall der bereits mehrfach eingetreten war und ja die gästezimmer im herrenhaus der gallams waren nach ihrem jeweiligen tapetenmuster benannt schließlich gab es an die fünfzig davon und anders hätte man sie wohl kaum auseinanderhalten können gut mit nummern vielleicht aber wenn mia eines verstanden hatte dann die tatsache dass lady sophie erheblich mehr an wörtern lag als an zahlen mia der laute ruf lady sophie's riss sie so unerwartet aus ihren gedanken dass sie kurz zusammenschreckte ein verzücktes lächeln im gesicht eilte sie zurück zur theke wo die adrette alte dame hinter mehreren bücher stapeln kaum mehr zu erahnen war was ist denn los fragte mia freundlich lady sophie's scheitel erhob sich hinter der büchermauer dann die zarten augenbrauen unter denen zwei wache augen blitzten und schließlich die nasenspitze zu mehr reichte es nicht um ihren mund hinter den stapeln auftauchen zu lassen hätte sie wohl aufstehen müssen hier herrscht stau nun schnellte lady sophie's rechte hand hinter den büchern in die höhe und landete mit der handfläche auf dem ersten und höchsten der papiertürme wo bleibst du denn so lange ich hatte schon befürchtet du bist entführt worden das hättest du wohl gerne nur damit du wieder einen neuen fall bekommst lady schnüffelnase mia lachte über die gespielte empörung die sich sofort auf dem gesicht der freundin abzeichnete es war nun wirklich kein geheimnis dass kriminalfälle der adeligen dame das größte vergnügen bereiteten dabei waren ihr die realen noch viel lieber als die literarischen welche sie bändeweise verschlang lady sophie schnaubte und klopfte nachdrücklich auf die stapel vor sich im moment wäre es mir am liebsten wenn du deinen teil der aufgaben erledigen und die bücher einsortieren würdest du brauchst doch sonst nicht so lange tut mir leid mit einem entschuldigenden lächeln nahm mia gleich den gesamten vorderen stapel vom tisch und stellte ihn auf dem boden ab ich werde jetzt in rekordgeschwindigkeit arbeiten versprach sie griff das erste buch vom stapel rannte zum entsprechenden regal sortierte es ein und raste wieder zurück grinsend betrachtete lady sophie den vorgang einen augenblick bevor sie sich wieder dem entpacken und digitalisieren weiterer bücher zuwandte ehrgeizig zog mia ihren vorsatz durch und schaffte es innerhalb kürzester zeit die ersten beiden stapel abzutragen und zu verräumen bald konnte sie lady sophie damit aufziehen dass diese zu langsam katalogisierte erneut flitzte mir zurück in richtung verleihtresen da trat vollkommen unerwartet clara clottingham aus einem der gänge zu spät setzte mir den bremsvorgang ein und prallte mit voller wucht gegen die stattliche dame glücklicherweise dämpfte deren üppiger vorbau den aufprall etwas ab was den zusammenstoß aber für mia umso peinlicher machte die ihr gesicht mit geröteten wangen aus der weichen brust der kunden schälte müssen sie denn wie eine verrückte durch die gänge rennen keifte mrs clottingham sofort los ich dachte das ist eine bibliothek und kein sportplatz wenn ich lust auf ein paar knochenbrüche habe dann stelle ich mich bei einbrechender dunkelheit auf eine autobahn wenn es recht ist es tut mir unglaublich leid mrs clottingham entschuldigte mia sich schnell ich habe sie einfach nicht gesehen vielleicht sollten sie dann mal über den gebrauch einer brille nachdenken zitterte mrs clottingham weiter in manch einem gesicht soll eine solche nicht nur im hinblick auf die sehkraft wahre wunder wirken höflich überging mia die eindeutige beleidigung sie war mrs clottingham nicht böse niemand war dieser frau wegen einer beleidigung böse bissige kommentare gehörten bei ihr zum guten ton erst wenn man von clara clottingham einmal ausgiebig beleidigt worden war galt man als von ihr akzeptiert es tut mir wirklich leid entschuldigte sich mia erneut kann ich ihnen dafür vielleicht bei irgendetwas behilflich sein mrs clottingham sie könnten mir diese rezeptbücher nach hause tragen wenn sie es schon anbieten mit diesen worten deutete clara clottingham auf vier dicke backbücher die bei dem zusammenprall aus ihren armen zu boden gepurzelt waren schnell bückte sich mia hob die werke auf und stapelte sie auf ihrem arm es wäre mir eine wahre freude mrs clottingham sagte sie freundlich obwohl sie das gewicht der vier dicken wälzer bereits jetzt deutlich spürte glücklicherweise lag mrs clottingham's cottage nicht allzu weit so die Vielen Dank.